Minecraft mit einem halben Jahr durchzuspielen, klingt relativ einfach, ist es aber nicht. Vini und ich haben eine Wette im Laufe. Lass doch gerne ein Like da und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Es geht los. Imagine, ich schaff's first try. Einmal Schwert und Pickaxe. Vini fragt, na wie läuft's? Vini, das ist der first try. Ich werde nur einen try brauchen. Vini, du kannst jetzt quasi nochmal eine Stunde weiter zocken, Craft Attack. In einer Stunde schicken dir alle meine Chatter den Clip, wo ich dann so auf deiner Leiche tanze. Verstehst du? Ey, legit, ich glaube das einzige Problem wird wirklich der Blaze-Kampf sein. Oh yes, baby, das schmeckt. Ich glaube, das ist wirklich so easy, Damage-List zu spielen. Ist eigentlich wie Speedrun. So, Chat, wir brauchen nicht mal ein Dorf. Wir haben nämlich genügend Essen vom Shipwreck. Plus, wir haben genügend Eisen. Basically können wir direkt in den Nether. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall ein bisschen Loot noch. Vielleicht ein bisschen Rüstung oder so. Dass wir vielleicht so einen Block mehr fallen können. Und ansonsten direkt mal ein Labersee suchen, oder? Wisst ihr, was ich jetzt mache, Chat? Ich mach mir noch Goldrüstung. So, es wird ja jetzt sicherlich kein Funken kommen und mich damagen. Ganz schnell machen, Tian. Ganz schnell machen. Oh Gott, ey. Magma. Let's see, let's see, let's see, man. Ey, wenn jetzt Lava kommt, ich bin dead. Ich muss da richtig aufpassen, glaube ich. Komm, wir machen mal so. Ja. So, die Clips wurden wieder gemacht. Super. Nein! Mann! Let's go. Zweiter Try. Was passiert, war es nicht schon weiter? Was meinst du, Winnie? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich brauche ein Dorf jetzt in erster Linie. Und das möchte ich jetzt haben. Zack, zack, zack. Gunny wacht über mich. Oh, bitte. Lass mich diese Challenge gewinnen. Ich habe keinen Bock, 100 Euro auszugeben, Mann. Das ist so... Mann! Ey, letzter Try. Hi. Oh mein Gott, what the fuck. Das ist ein Zeichen, wenn jetzt hier Eisen ist. Let's go. Habt ihr schon eine gewarte Kamera und kein Clip? Winnie, es ist zu beleid, Mann. Sorry. Ich habe gestallt, damit die Leute dranbleiben und dass du mich reddest. Achtung, Achtung! Deswegen. Ich glaube, halbe Herz-Challenge ist easier, als man sich das vorstellt. Good friends. Also, ich habe halt den Matrix-Movie nicht... What, dude? Also, legit. Also, jetzt an dem Punkt, das ist peinlich. Das ist peinlich. Jetzt spiele ich richtig. Ich bin ready. Gap darf ich nicht essen? Muss ich liegen lassen? Komm, wisst ihr was, Chat? Wir nehmen den Clipis mit. Ihr wisst, warum. Oh, juicy. Sehr gut. Nehme ich, nehme ich, nehme ich. Bitte neuer. Come on. Sticks und Pfeile-Trade. Hallo? Danke. So, wir haben eine Schere. Wir machen kurz schwupp. Nehmen wir mit fürs End. Zack. Eisenmäßig will ich nur noch eins haben. Ne, vier Eisen. Schild und Pickaxe. Oh, wir haben Eisen. Geil. Oh, yes. Ich habe ein gutes Gefühl dabei, Chat. Der Run, der fühlt sich sehr gut an. Gut, dann holen wir uns jetzt Eisen. Äh, Eisen. Wasser, meine ich. Und suchen dann den Lavaseen. Blöcke, Blöcke, Blöcke. Wir haben einfach Blöcke. Werden wir eh brauchen, um Voll-Damage zu reducen und so. So, und jetzt bitte ein Lava sehen. Bitte. Ich will das schon noch schnell runnen. Mein Stolz sagt mir, unter einer Stunde ist möglich. Aha. Let's go. So, Leute. Und jetzt nicht reinlaufen, ne? Das wird eine Tragödie. Ich werde sowas von dem Feuerfunken abbekommen und sterben. Up in the Nether. Da ist ein Ruined Portal. Müssen wir nicht looten. Lassen wir in Ruhe. Jetzt ist höchste Vorsicht geboten. Ein Gas kann alles zerstören. Ein Skelett, was random spawnt, kann alles zerstören. Ah, checken. So, und der möchte mich töten. Ja, ich brauche Gold. Ich kann ohne Gold hier nicht spielen. Ich muss mir erstmal Goldrüstung machen, Leute. Das ist sonst zu riskant alles hier. Bitte kein Piglin in der Nähe. Nein. 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 Holy fucking shit. Alles gut. Holy. Saved. Ich werde diese Challenge zermalmen. Und ich werde Vini die 100 Euro aus der Tasche ziehen. Straight aus deiner Tasche. Schlaf mal. Lul. Holy. Saved. Warped Forest. Bingo. Let's go. Jawoll. Da holen wir jetzt die Pearls. Und wir haben direkt eine Festung hier. Das ist doch wirklich Weihnachten, ist das. Geil. So. Bitte ein bisschen Pearl-Luck wenigstens. Das wäre schön. So, mein Freund. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Smart. Fünf Crits und ein Gold-Crit. Müssen wir nur noch immer wieder einen Enderman finden. Looting 1 und trotzdem kein Dingsbums. So. Weiter nur eine Pearl leider. Der Run ist gut an sich. Aber, also die Drops sind shit. Kann ich mit Looting 1 zwei Pearls auch aus einem rausbekommen? Oh nein, Wither-Skelette. Der wird der Gegner. Jederzeit könnte Damage kommen. Hier außen war doch ein Enderman. Da habe ich mir das... Oh nein, wo? Umschuhn. Enderman, wo seid ihr? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe das Schild nicht. Ich habe kein Schild. Bin ich des Wahnsinns? Im Nether zu chillen ohne Schild. Direkt mal ein Schild machen, ey. Fünf Pearls haben wir. Ich habe rechtsklick gedrückt. Fünf Pearls hatten wir. Der letzte Try. Ich werde die halbe Herzschild schaffen. Drei, zwei, eins. Wenig. 25 Subs gehören mir. Komm schon. Okay. Wir haben eine Meeresrun. Zack, zack. Zack, zack. Oh nein. Also auf ernst. Bro. Tschüss. Oh, sehr gutes Eisen vollkommen, Leute. So wird ein Schuh draus. Fendo-Ruderschieße mit der Ender-Dran-Kanone. Abonniert doch den Kanal, bitte. Ich bin kurz vor den 20.000 Abonnenten. Würde mich sehr freuen. Und like doch mal das verdammte Video, wenn es dir doch gefällt. Ey, was soll denn das? Ich meine, ich mache ja die Videos nicht umsonst. So, machen wir erstmal 16 Eisen. Das ist Rüstung, Schild, Eisenspitzhacke, Eiseneimer. Wahrscheinlich Eiseneimer. Es gibt nur einen Eimer. Und ein Flintestee. Gutes Equip. Wir brauchen noch Essen. Das wäre schön. Aber so viel Essen brauchen wir gar nicht, weil wir ja nur ein halbes Herz haben und eh nicht regenerieren. So, ein bisschen Food holen. Jetzt haben wir genügend für ein Bettchen. Ja, Infinite Essen. Das reicht wirklich. Zack. So, und dann haben wir auch genügend. Vielleicht noch ein paar Kürkeen für Rüstung. Das wäre nice. So, ein bisschen Zeit zu sparen. Komm, machen wir nochmal ein paar Öfen. Let's go. Und wir müssen schnell aufpassen. Hier wird es dunkel. Und hier ist ein Monster. Hilfe. Die Challenge wird nun enden. Es tut mir leid. Es war eine nice Challenge mit euch. Es wird nun enden. Let's go. So, bitte guter Nether. Bitte kein Souls and Valley oder so. Oh, das sieht gut aus. Äh, das sieht nicht gut aus. Hier sind Schweine. Ich muss irgendwie Gold abbauen, ohne dass ein Piglin mitbekommt. Das ist nicht so leicht. Bitte, lass hier irgendwo Gold sein. Es darf kein Piglin mich sehen. Let's go. Oh yes, Baby. Oh yes, Baby. Es läuft, Freunde. Wir suchen jetzt eine Festung. Am besten eine Bastion für Fire Resi. Und ein Wob Forest. Mal sehen. Wob Forest. Wob, bitte lass es groß sein. Bitte. Bro, das erste Mal ein Enderman. Let's go. Du droppst mir direkt deine Eier. Gib mir dein magisches Ei. Hallo. Boah, ist das ein Krampf. Hey. Bitte. Danke. Nice. Ich habe nichts. Aber das Wob Forest ist groß, das Biom. Hier befinden wir zu 1000% schnell die Pearls. Oh Gott. Das darf nicht passieren. Ich glaube, der Loot Table ist anders, wenn die suffocaten. Okay. Keine Drops bisher. Next. Oh Gott, war das close. Ich bin fast gestorben. Haha. Moin. Null Pearls. Hallöchen. Ja, du nervst mich tatsächlich. Du nervst mich gewaltig, Enderman. So. Ab geht's. Ach, Digga. Das kann doch nicht sein. So. Mein Freund. Jawoll. Drei Pearls. Es geht voran. Langsam, aber sicher. Komm on. Mehr Pearls, bitte. Mehr Pearls. Mehr Pearls. Ich bin perlsüchtig. Ich möchte perlen. Geil, Alter. Läuft. Das ist der Run-Chat. Das sind meine 25 Subs. Oh Gott. Oh. Bruder. Mir wird schwindelig. Ich habe mich so erschrocken gerade. Enderman auf. TP dich. Ja. Nein. Nein. Woo. 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 Digga. Minecraft Horror Game. Gut. Also hier sind immer noch zwei Enderman. Ne, ich gehe weg. Das ist mir zu riskant. Das Schweinchen wird mich irgendwie outplayen. Nein, ohne Witz, Leute. Fünf Pearls. Das ist gut. Wir waren noch nie so weit. Wir haben gerade Rekord. Ich hole ein paar Blöcke, weil ich will nicht mit dem schönen Bruce Wood spawnen, falls ich das nochmal brauche für irgendwas. Oh, Pearl. Hier lag noch eine. Hier sind viele Enderman, ey. Das ist ein gutes Bio. Das ist ein sehr, sehr grob. Digga. Oh mein, wie bist du wieder hier? Wie ist dein Papa hierher gekommen? Ja, ja, ja. Yes. Sieben Perlen. Ich gehe auf 13. Wie ich mein Glück kenne, habe ich dann so einen Zero-Eye-Portle und zwei zerploppen. Das war es mit meinem Schwert. Ich habe zum Glück Stein. Hier war die Perle. Let's go. 8 aus 13. Ich habe wieder einen Man, einen Enderman, einen Man of Ender, einen Mandela Ender. Und wieder eine Perle. Geil. Jetzt läuft es. So. Nur die Frage, was machen wir, wenn wir die Perls haben? Gehen wir in der Bastion und holen uns Fire Resistance und dann in eine Festung? Oder holen wir uns direkt eine Festung und spielen auf riskant mit Schild? Das Problem ist halt, die Blazes, die können einen easy ausknocken. Selbst wenn man blockt, die können einen anzünden von unten. Ist gestern passiert. Gestern bin ich daran gestorben. Bro, was? Die Blaze hat mich angezündet. Perlen zu fahren dauert so lange, ey. Aber gleich haben wir es. Wir haben schon 10 Stück. So, mein Freund. Gehen wir da bitte rein. Joa, das wollte ich jetzt. Ich bin am... Ich bin am Arsch. Chat, ich bin am Arsch. Hier ist kein Zombie-Pigman, was weiter... Was weiter sagen kann, oder? Mist! Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Die Zombie-Pigman werden mich alle angreifen. Ich weiß nicht, ob sie es durch die Wand weitersagen können. Ich glaube, das war es. Ich muss hier schnell weg, Leute. Ich habe Angst. Ich glaube, das war es sonst. Das ist mein Untergang. Die 13. Perle wird nun obtained, Leute. Ab in die heiße Phase. 13 Perls. Let's go. Jetzt brauchen wir nur noch eine Festung. Kein Damage nehmen. Oh ja, komm. Hier nehmen wir noch eine mit. Warum nicht? Falls eine ploppt, komm bitte eine 14. Das wäre so schön. Oh Gott. Crimson Forest ist ganz gefährlich, Leute. Ich weiß nicht, ob ich hier durch will. Ich renne. Ich renne. Ich renne. Ich renne. Bitte, Pigman. Sind nicht aggressiv. Sehr gut. Ich muss hier weg. Hier könnte ein Schwein sein. Alles gut. Alles gut, Chat. Alles gut. Wir sind im grünen Bereich noch. So. Und jetzt eine Festung. Wäre ein Träumchen. Kein Fall Damage. Keine Blaze. Kein Garst. Nichts. Ich werde es schaffen. Bitte komm. Irgendwo eine Festung. Oh, 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 oh. Seht ihr das? Seht ihr das? Warte, ich muss noch kurz fürs Video. Oh mein Gott. Seht ihr das? Da ist eine Festung. Cut. So, Leute. Das wird jetzt riskant. Es könnte sein, dass ich jetzt einfach sterbe, wegen... Weil Blazes mich von unten anzünden. Ich muss super vorsichtig spielen. Blaze von rechts. Was höre ich da? Ich höre Skelette. Bitte lass es kein... Lass ein Wither-Skelett bitte sein. Ich habe noch eins gehört. Oder höre ich Stimmen? Bitte, Spawner. Ich will keine Umgebung um mich haben. Ich will nicht gesniped werden. Spawner. Let's go. Wie schaffe ich es, dass der mich nicht anzündet? Der Atze. Die können jederzeit unter mich schießen. Das ist das Problem. Ich glaube, der Clou ist, dass ich mich auf eine untere Ebene stelle, weil die werden ja nicht den Boden unter... Nein! 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 Was hätte ich da tun sollen? Fuck! Der ist für immer blöd. Schwupp! Falsch, Maxi. Du hast 50... André, danke schön. Bro, das ist lächerlich. Er weiß jetzt schon, was kommt, Chad. Er weiß schon, was kommt. Sag es nicht! Jan, erzähl mal, wie lief es denn noch? Es lief nicht gut. Ich glaube, ich stimmste Move jemals. GG, Beni. GG. Jan, vielen Dank. Wettschulden sind Ehrenschulden. Wettschulden sind Ehrenschulden, Tjan. Dankeschön.